Im dritten Gruppenspiel der aktuellen Nations League Saison konnte sich die deutsche Nationalmannschaft auswärts in Bosnien-Herzegowina mit 2 zu 1 zwar knapp, aber definitiv verdient durchsetzen und in diesem Video zeige ich euch, wie ihnen das gelungen ist. Zunächst einmal hat Bosnien versucht ein hohes Pressing aufzusetzen, das ist allerdings nicht ganz so gut gelungen. Sie sind angelaufen aus ihrer Grundordnung, dem 5-3-2-System, haben auch die Schienenspieler hochgeschoben, hatten dann im Mittelfeld die drei Spieler, vorne die zwei Stürmer mit Dzeko und Demirovic, aber so wirklich Druck drauf bekommen haben sie jetzt nicht, sind da auch nicht allzu aktiv angelaufen. Deutschland hingegen im tiefen Spielaufbau noch in der Grundformation im 4-2-Aufbau mit Kimmich rechts, Mittelstädt links und der klaren Doppel-6 im Zentrum. Weiter vorne gab es dann durchaus unterschiedliche Varianten, die ich in dem Video alle beleuchten werde. Einerseits die klassische, wie wir sie von der EM kennen, einer der Sechser kippt ab, zentral, links oder rechts, in dem Fall Antricht zentral und dann hast du einen 3-1-Aufbau, vier Aufbauspieler hinten, beide Außenverteidiger schieben hoch in die Breite und im Zentrum hast du dann vier weitere Spieler, die Stürmer vorne, die Halbraumspieler bzw. Flügel etwas tiefer in dem Fall und Bosnien hat es weiterhin klar im 5-3-2 verteidigt, nicht allzu mannorientiert und dementsprechend konnte man nach ein paar Anlaufschwierigkeiten dann Lösungen finden, zu denen wir gleich noch kommen. Aber zunächst noch die verschiedenen Varianten im Spielaufbau und da hat mir gefallen, dass Kimmich im Vergleich zur EM deutlich öfter invers ins Mittelfeld eingerückt ist und Gnabry bzw. der rechte Flügel dann die Breite besetzt hat. Bei der EM habe ich das schon häufiger gefordert, da war es nicht ganz so oft der Fall, nur ab und zu in dem Spiel dann schon deutlich öfters, werdet ihr dann im weiteren Verlauf des Videos auch noch klar erkennen. Das hat einfach durchaus Sinn gemacht gegen das 5-3-2 von Bosnien, so konnte man mehr Spieler im Zentrum haben gegen die Dreier-Mittelfeld-Reihe von Bosnien. Gnabry hat dann rechts die Breite besetzt, Kimmich ist zentral deutlich mehr in Spiel involviert, kann da seine Spielstärke deutlich besser einbringen und andererseits, wenn man den Ball verliert, ist seine Distanz zu seiner Ursprungsposition der Rechtsverteidigung meiner Ansicht nach geringer, wie wenn er rechts auf dem Flügel ganz weit hoch rausschiebt. So in dem Fall hast du dann zum Beispiel einen 3-2-Aufbau, Antricht zwischen den Innenverteidigern, Doppel-6, Kimmich und Groß. Hin und wieder hat man auch ein 3-3-4 gesehen, das dann aber auch immer unterschiedlich besetzt wurde, in dem Fall, dass beide Außenverteidiger ins Zentrum einrücken, in der letzten Linie hatte man dann aber mindestens 4 Spieler immer, oft dann sogar 5 oder wenn man noch höheren Ballbesitz hatte, dann auch 6. Wie wir es zum Beispiel hier sehen, da hat man Bosnien mal sehr tief hinten reingedrückt, dann sind auch beide Außenverteidiger breit hochgeschoben und man hatte ein 3-1-6, hat Bosnien dementsprechend in der letzten Linie überladen, da hatten die 5 Spieler, Deutschland dann 6 und so konnte man dann auch immer wieder Überzahlen generieren, hat es dann mit der Zeit auch deutlich besser geschafft, die Seiten zu verlagern. Bosnien stand häufig auch sehr kompakt und mit einem Seitenwechsel hat man das dann ganz gut bespielen können. Auch hier haben wir nochmal das 3-3-4 in einer unterschiedlichen Besetzung, da ist es mal Wirz, der sich fallen lässt, dann hast du eben hinten 3 Mann, dann davor 3 Mann mit Andrich Wirz und Kimmich, der hier wieder ins Zentrum einrückt und vorne wieder 4 Spieler, die dann die Bosnia binden, genauso auch hier sogar in der gleichen Besetzung und Kimmich, der dann diesen Halbraum bespielt hat, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, da war in der Mittelfeldreihe auf Platz neben dem 3er Mittelfeld von Bosnien und den hat man dann ganz gut ausgenutzt, zumindest was das Räumliche angeht. Die Chancenkreation daraus war dann schon auch noch verbesserungswürdig, aber dass man die Räume gefunden hat, war auf jeden Fall sehr gut. Hier sieht man wiederum, dass Kimmich als Rechtsverteidiger häufig auch einfach tief blieb und dann eben Gnabry vorne die Breite besetzt hat. Du hattest dann auch hier 5 Spieler in der letzten Linie, weil Mittelstädt links hochgeschoben ist, aber trotzdem 5 Aufbauspieler, Kimmich, der auch immer wieder so als Halbrechter Innenverteidiger gespielt hat, wie er es ja auch unter Kompanie aktuell in der Saison häufig macht, Groß, der dann auch abkippt, Ta dann links, aber das war auf jeden Fall sehr variabel, da war keiner festgesetzt auf eine Position, mal war auch Rüdiger plötzlich rechts, dann war Kimmich innen, Groß und Andrich sowieso flexibel, Ta meistens zentral, in dem Beispiel aber auch links und das hat es für Bosnien auf jeden Fall schwer gemacht, auch wenn die nicht den größten Mannbezug hatten, aber dass man das auf jeden Fall drin hat von diesen Rotationen, von diesen Bewegungen, ist auf jeden Fall positiv, vor allem wenn man dann wieder auf Gegner mit einem stärkeren Mannbezug trifft. Hier sieht man zum Beispiel ganz gut, wie kompakt Bosnien es gemacht hat, da stehen fast alle auf der rechten Spielfeldhälfte, auf der auch der Ball ist, Deutschland hingegen hat sechs Spieler in der letzten Linie, dementsprechend da eine Überzahl, man besetzt das Mittelfeld in dem Fall gar nicht, man nimmt alle Spieler in die erste Aufbaulinie, vier Stück an der Zahl und das macht man auch bewusst, weil man diesen tiefen Ball erzwingt, man hat das immer wieder probiert und mit der Zeit auch besser geschafft, da Tiefe zu generieren, Wirtz bietet hier den Lauf an, Andrich spielt den Ball auch perfekt und Wirtz macht es dann noch besser mit der Übersicht und der Ablage für Undaff, der das 1 zu 0 erzielt, da es schon so ein wenig aus dem Nichts kam, da ford man sich schon schwer getan, Chancen zu kreieren, danach wurde es dann deutlich besser und man hatte den Knoten so ein wenig gelöst. In dieser Szene fällt das vermeintliche 2 zu 0 durch Kleindienst, das dann aber wegen Abseits ab erkannt wird, was mir hier aber ganz gut gefällt, ist die Positionierung, die man schon hat, bevor man den Ball verliert bzw. verlieren könnte, denn du hast hier die Doppelsex vor dem Strafraum, beide Außenverteidiger etwas eingerückt, die dann da auch dementsprechend nah dran sind. Das ist natürlich wieder eine sehr riskante Restverteidigung, du hast hinten nur noch beide Innenverteidiger gegen die Stürmer, in dem Fall nicht ganz so riskant, weil Demirovic und Ceco nicht die allerschnellsten sind und man das ganz gut im Griff hatte, worauf ich aber hinaus will, ist, dass das Gegenpressing wieder sehr gut war in diesem Spiel. Du hast hier dann viele Spieler auf engem Raum, die direkt draufschieben können, falls Bosnien hier den Ball bekommt. In dem Fall passiert das zwar nicht, aber die Positionierung dafür war auf jeden Fall gut geeignet und sieht man hier ganz gut. Wo es dann aber passiert ist vor dem 2 zu 0, da habe ich zwar nicht die Bilder, aber da war es so, man verliert den Ball, geht direkt ins Gegenpressing, holt ihn sich zurück, wird es, spielt dann hier raus auf Mittelstädt, man hat vorne wieder 5 Spieler in der letzten Linie, Kimmich zum Beispiel ist wieder im Zentrum, Knabry dafür außen in der Breite, beziehungsweise in der minimalen Breite, steht natürlich schon im Strafraum, um nah am Spielgeschehen dran zu sein, was Nagelsmann ja immer wieder verlangt, dennoch kommt die Flanke nicht zu ihm, sondern perfekt zu Undaf, der gut einläuft und das 2 zu 0 und seinen Doppelpack erzielt. Gehen wir so langsam zur zweiten Halbzeit über und da hat man es weiterhin geschafft, gut Tiefe zu generieren, hier zum Beispiel baut man wieder mit 4 Mann auf, 4-1 Aufbau, Kimmich bleibt tief, Groß ist plötzlich Linksverteidiger, Mittelstädt läuft vorne durch, bekommt den Ball in die Tiefe, das war als Bosnien etwas aufgerückt war, man hatte auch wieder 5 Spieler in der letzten Linie, aber man kann sie nicht nur bespielen, wenn sie Platz hinter der Kette anbieten, auch wenn sie etwas tiefer stehen, was sie durchaus gut variiert haben, kann man das durchaus bespielen und sich Raum auf außen schaffen, beziehungsweise hinter die Abwehrkette kommen oder neben die Abwehrkette, hier ist es Wirtz, der legt rüber auf Groß, der direkt weiter auf Mittelstädt, der dann außen Platz hat zum Flanken, bringt die auf Kleindienst, der erst am Torwart scheitert, Undaf schiebt ihn dann rein, allerdings war Kleindienst halt Zentimeter im Abseits in der Entstehung, aber der Spielzug war auf jeden Fall trotzdem sehr gut. Außerdem ist es Kimmich gelungen, jetzt nicht nur in diesem halbrechten Raum eingesetzt zu werden, sondern dann auch selbst Gefahr zu kreieren für seine Mitspieler. Hier spielt er einen guten Steckpass aus dem Halbraum rechts auf Gnabry, der dann durch ist. Und hier ist es zwar nicht Kimmich, der den Pass spielt, wieder raus auf Gnabry, der dann tief gehen kann, aber schon in der Entstehung ist Kimmich eingerückt, hat die Position von Groß im Zentrum übernommen, der konnte dann wiederum in den offensiven Halbraum rechts hoch schieben und dann eben Gnabry in die Tiefe schicken, der hier ein erneutes Abseits-Tor erzielt. Der Fokus lag jetzt ganz stark darauf, was Deutschland im Ballbesitz gemacht hat, einfach weil man sehr viel Ballbesitz hatte, vor allem in der ersten Halbzeit. Da war es meistens so, wenn Bosnien mal den Ball hatte, dann haben sie ihn meistens auch direkt lang geschlagen, weshalb Deutschland gar nicht erst versucht hat, sie zu pressen, weil es ohnehin keinen Sinn gemacht hätte. In der zweiten Halbzeit haben sie es dann versucht, spielerisch zu lösen, was Deutschland erlaubt hat, ins Pressing zu gehen und das sah dann auch ziemlich gut aus. Man hat es gemacht aus der 4-2-3-1-Grundordnung heraus. Meistens bin ich ja kein ganz so großer Freund, wenn man im 4-2-3-1 gegen den Ball steht. In dem Fall hat das aber ganz gut funktioniert, da der Zehner in dem Fall mit Undaf sich immer am gegnerischen Sechser positioniert hat. Generell die Bosnien ja immer mit einem klaren Sechser und zwei klaren Achtern, die etwas höher standen, sowohl mit als auch gegen den Ball. Das Pressing war dann eher raumorientiert, auf der ballnahen Seite ist man es dann aber mannorientiert angelaufen. Da ist der Flügel dann auf den äußeren Innenverteidiger, der Sechser an dem ballnahen Achter und der Außenverteidiger an dem ballnahen Schienenspieler. Und die ballfernen Flügel und Außenverteidiger von Deutschland sind dann jeweils ins Zentrum eingerückt, um da zu helfen. Hat Bosnien das Spiel verlagert, hat man es genauso auf die andere Seite verschoben. Bosnien musste dann natürlich aktiver werden, einfach weil sie hinten lagen, sowohl im eigenen Ballbesitz, aber auch gegen den Ball. Da haben sie es dann Mann gegen Mann zugestellt, sind hoch angelaufen in einem hohen Pressing und haben Deutschland dann da durchaus vor Probleme gestellt. Also es war schon anspruchsvoll, aber man hat auch anspruchsvolle Lösungen gefunden. Im Aufbauspiel konnte sich das eine oder andere Mal gut befreien. Falls nicht, hat man auch mal den langen Ball gesucht, ist da kein unnötiges Risiko eingegangen, beziehungsweise teilweise schon. Aber es war jetzt nicht so, dass man einen groben Fehler gemacht hat. Vielleicht einmal stiller. Der wurde dann aber nicht bestraft und grundsätzlich hat mir es gut gefallen, wie man es dann auch gegen ein hohes Pressing ausgespielt hat. Das bot dann natürlich auch immer mehr Räume an, die man dann auch mal mit etwas mehr Tempo ausnutzen konnte, beziehungsweise es blieb dabei, dass man die Räume genutzt hat. Allerdings die Chancen, die daraus resultiert sind, dann letztendlich nicht. Hier zum Beispiel war Wirtz mal durch, da macht man dann aber trotzdem kein Tor. Und so musste es natürlich so kommen, dass Bosnien mit Edin Dzeko natürlich noch zum Anschlusstreffer kommt. Und dann wurde es zumindest vom Ergebnis schon noch mal knapp. Aber man hat es dann, wie ich finde, ganz gut zu Ende gebracht, hat wieder die Kontrolle erlangt, beziehungsweise die war eigentlich nie verloren. Bosnien war dann halt aktiver. Das ist zwangsläufig, dass man da mal etwas Probleme hat. Haben sich dann aber auch wieder weiterhin dann reindrängen lassen. Deutschland hatte dann wieder mehr vom Ball, wie jetzt zu Beginn der zweiten Halbzeit. Man sieht das hier auch strukturell. Hier zum Beispiel Kimmich wieder der halbrechte Innenverteidiger. Die Doppelsex vor dem Dreieraufbau. Vorne die fünf Spieler in der letzten Linie. Also ein 3-2-5, was aber nie so statisch war wie hier. Oder wie bei der U21 unter die Salvo. Und so hat man den Stiefel eigentlich ganz gut runtergespielt. Hatte die Kontrolle, kam aber dennoch weiterhin zu Chancen. Hier zum Beispiel ist es ein Dreieraufbau mit Stiller zwischen den Innenverteidigern. Also da war man dann auch mit neuem Personal genauso flexibel. Kimmich als zentraler Mann vor dem Dreieraufbau, der wieder eingerückt ist. Groß war da vorgeschoben. Also man ist durchaus auch schon noch Risiko eingegangen, aber etwas kalkulierter. Tarspiel dann den Pass durch auf Gosens, der einläuft, der dann eigentlich einen Elfmeter herausholt, wie ich finde. Auch wenn es dann am Ende nur einen Freistoß gab. Aber das war nicht die einzige fragwürdige Schiedsrichterentscheidung in dem Spiel, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz, beziehungsweise vielleicht auch deswegen, war das Ergebnis so knapp. Aber vor allem aufgrund der eigenen Chancenverwertung, da hätte man durchaus mehr Tore machen können. Die Abseits-Tore sind natürlich unglücklich. Wäre man da einen Schritt tiefer gestanden, dann wäre es hier auch ein deutlicheres Ergebnis. So steht da jetzt ein Arbeitssieg, der aber im Endeffekt sehr verdient war, weil man wieder klare Prinzipien erkennen konnte. Man hatte das klassische Muster, auf dem alles basiert, hat dazu aber weitere Varianten eingeführt. Kimmich, der nun deutlich inverser, mehr im Zentrum agiert hat, was ich eigentlich schon lange sehen wollte, finde ich etwas schade, dass man das erst jetzt macht, nachdem er auch bei Bayern wieder im Zentrum gesetzt ist, beziehungsweise da auch mal als inverser Rechtsverteidiger agiert. Aber alles in allem trotzdem ein Auftritt, mit dem man auf jeden Fall zufrieden sein kann. Vor allem auch, wenn man bedenkt, was für Spieler hier gefehlt haben. Da kamen einige Debutanten, die haben es mehr oder weniger gut gemacht. Vor allem steht aber im Mittelpunkt die Teamleistung und die hat wieder gestimmt. Man sieht hier eine Einheit auf dem Feld und klare Muster vom Trainer. Also sowohl die Spieler geben alles, als auch der Trainer. Und da kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Ich bin jetzt gespannt auf das Spiel gegen die Niederlande. Ihr hoffentlich dann auch auf meine Analyse zu dem Spiel. Deshalb lasst mir gerne ein Like oder Abo da, um nichts mehr zu verpassen, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir bitte gerne auch mal eure Meinung zu diesem Spiel in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! Oh!